Womit kann man sein Essen etwas stretchen, aufpeppen, verlängern, wenn man wenig hat und draußen unterwegs ist? Das ist eine Videoantwort für Guido von Survival Kurse in der Schweiz. Also in dieser Zeit des Jahres kann man sich noch umgucken nach verspäteten Brombeeren oder ein paar essbare Pilze. Zum Beispiel hier die Hallimasche, da habe ich sogar noch eine Brombeere gefunden, die muss man gut kochen, die Hallimasche, dann sind sie genießbar. Da ist noch einer, ich weiß nicht, ist das essbarer Pilz? Könnte sein, ich lasse ihn lieber stehen. Wenn man sowas sieht, frisch im Herbst, durch den Altweibersommer hervorgekommene frische, junge Brennnessel, ja unbedingt. Der Salat, das ist Spinat, ist sehr lecker. Ja, das ist interessant... So, die Zwiebeln sind röstig, alle zur Seite, jetzt kommen die einfach rein. So, jetzt können wir alle gut durchziehen lassen. Jetzt noch eine schöne Kante. Und das wird alles auf dem Teller garniert und fertig ist das Essen. Und als Petersilie-Ersatz kann man ganz gut auch Brennnessel dazu mischen oder damit auch stretchen. Und dann guten Abend.